Was wollt ihr? Hier. Korporat? Da lang? Verdammte Rostam! Na, sieh mal einer an. Gut. Wird schon schiefgehen. Eisschaden. Gut. Macht euch bereit. Wird tatsächlich noch ein neuer Goblin dabei? Für die Feuerzahmer! Das ist ein Jung. Warte mal, warte mal. Der hat doppelt so viel Leben wie der eben. Ich werde ihn zwar wahrscheinlich auch mit diesem Bug besiegen können. Na dann. Fokus, Hylia. Fokus! Wird schon schiefgehen. Interessant. Eine legendäre Rüstung. Ähm. Oh, er kommt wieder. Oh, schein glaubt. Na, Simon. Interessant. Gut, da sagt er es wenigstens. Hm. Hm. Interessant. Hm. Hm. Interessant. In Ordnung. Weise Wahl. Hm. Hm. Interessant. Schauen wir uns das mal an. Es gibt so viele Wege. So, Rüstung wollte ich schauen. Wenn er stirbt. Eure Ausblutungszeit ist zehnmal so lang. Eure Ausblutungszeit. Geiler Rüstung aber. Ach, 124.000. Kass. Ja? Hm. Trotzdem schlechter. Aha. Na, ihr könnt es geben, aber bei Magie geht es dann runter. Kann ich das ihm geben? Was? Nee, da fehlt noch Villa eins. Wie mache ich das bei der nächsten Runde? Halt, was war das von Helm? Wir sollten weiter. Soll er ja sowieso nicht. Er hat einen besseren. Jawohl. Gut. Ja. Sie werden fallen. Gut. Sieh mal einer an. Sicher doch. Ein weiteres Portal. Sehr gut. Super dicht eigentlich neben dem anderen Portal. Aber von der Entfernung, die man laufen müsste, ist es doch sehr weit weg. Na schön. Gut. Mehr Gekämpfer? Nimmt das denn nie ein Ende? Verstanden. Okay. Damit geht's nur noch hier lang. Gehen wir es an. Dann haben wir es auch endlich bald. Ich frage mich, was aus dem Golem wird. Irgendwie ein Dichavu, dass der sterben wird. Wir müssen dann um eins dem Tag eure maximalen Wiederbelebungsaufladung. Wo ist denn der Trank? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ist das so ein dauerhafter Seiten? Ja. Okay. Okay, das hat soweit geklappt. Da können wir eigentlich speichern. Okay. Sicher. Da lang? So, jetzt aber nochmal. Wenn ich gerade schon bei den Tränken war, würde ich die anderen mir auch gerne mal anschauen. Die körperliche Kraft der Kampfmage hat zu hören. Später fällt mir heraus, dass alle Eigenschaften des Krieges... Ah, ein Skillpunkt. Zack. Da kann ich auch die gute Rüstung tragen. Level und Skillpunkt sogar. Also, wie ist der Plan? Ja? Zwei? Einem geschenkten Gaul und so. Kampffertigkeiten umlernen. Auch nicht schlecht. Kampffertigkeiten umlernen. 30 Sekunden lang. Typte alle Feinden im Zielgebiet. 30 Sekunden. 20. 30. 30. Okay. Hm? Die Magierinsel müsste das sein. Ja. Ah, schauen wir uns das mal an. Noch mehr Schaden. 700 Damage. Und dann kann ich mehrere Gebäude treffen. Heftig. Da oben. Ich habe ihn nicht gesehen. Na, sieh mal einer. Ich hoffe, ich mir schon gedacht hatte, dass der oben sein wird. Ah, schauen wir uns das mal an. Interessant. Ah, da seid, falls ihr euch fragt. Ich habe zwei Magier geschickt, die Richard und Hubert helfen, ihren Weg zur Gilde zu finden. Es wird... Ich bin immer noch fasziniert von der Idee, dass ein Überfl... Wie dem auch sei. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Zuerst muss ich mich um ein paar Formalitäten kümmern, aber bis zum nächsten Sonnenaufgang bin ich bereit aufzubrechen. Wo sollen wir uns treffen? Getreu euren Ausführungen liegt die Forma-Stadt in der Mitte Iskanders, oder? Ja. Dann werde ich das tun. Habt Dank, Taha. Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Na, sieh mal einer an. Ah, schauen wir uns das mal an. Was wollen wir? Ja. Mhm. Sucht ihr Tränke oder Schrittfolge. Ach ja, da hat er nichts mehr. Glückwunsch, ihr habt sie gefunden. Kein Geld. Es war mir eine Freude. Kommt wieder. Zur nächsten Mondwende kommen neue Wachen. Na, sieh mal einer an. Okay, also es gibt während der Tränke, es gibt legendäre Rüstungen, dann wird es auch sicherlich eine legendäre Waffe irgendwo geben. Vielleicht dann sogar in meiner, in meiner Basis, wenn ich hier so die ganzen Nebenquests fertig mache und mir alle Schmiede dahin besorge. Wobei die Schmiede, die ich mir in die Basis besorge, ja meistens immer nur irgendwelche Rezepte hatten. Hm. So, mache ich das Gebiet da oben noch fertig. Danach hier diesen Ork treffen. Und dann haben wir schon viel geleistet. Guter Plan. Macht euch bereit. Schade, dass da ein einziges Blech Damage Attacker. Interessant. Super low ist. Nein. Poratt! left, left, left. Worum geht´s? Jaa! Nein. Heit ven. Die. Wer könnte sehen? Angriff! Alles klar. Ah, schauen wir uns das mal an. Da war ein weiterer Ring. Ringspunkte. Hä? Ja?